Hallo, wir sind Ayala und Lanea. Wir probieren heute exotische Fruchtsafte. Das sehe ich schon am Aussehen. Guafensaft, Guafensaft. Das sehe ich schon am Aussehen. Maracuja. Maracuja und Mango. Und es riecht nach nichts. Ähm, was ist das? Äh, doch Maracuja. Und das eine Guafe? Passionsfrucht. Guafensaft. Es riecht nach Schlumpf. Richtig, es ist Schlumpfsaft. Nein, es ist Guave. Äh, normaler Saft. Ja, Saft, aber ich weiß nicht mehr, was es schmeckt. Also, es schmeckt lecker. Na, ich finde es sehr lecker. Gut. Könnte man auch in den Kneipen verwenden. Würde uns aber nichts angehen, weil wir nicht in den Kneipen gehen. Zitrone, das stimmt. Ja, nee. Oder Krebsfrut. Ja, Limette. Nein, nein. Oh, ich weiß es. Zitrone, Lemo. Litchi. Nee. Litchi-Saft. Ich nach Litchi. Ich auch so. Mhm. Litchi-Saft gibt es überall beim Chinesen. Ja, ja. Schon kapiert. Ist Litchi-Saft. Aha. Nochmal, ohne es zu probieren. Ja, kapiert. Oh, die habe ich im Kindergarten gegessen. Boah, die war so schwer zu pellen. Ich kenne die, glaube ich, auch. Ja. Aber ich fand das davor besser. Ja, ehrlich gesagt, ich auch. Auch leer. Ich war generell Litchi. Oh mein Gott. Ich kenne den Geschmack. Das habe ich schon mal irgendwo getrunken. Das ist ganz schlimm. Keine Ahnung, was das für eine Frucht ist, aber das schmeckt mir gar nicht. Nee, das ist eklig. Aber wie, das ist nicht nach so. Nein, ich glaube. Ich glaube, Cola, Banane, Ingwer, Mangosaft. So wie Pferdeäpfel riechen halt. Ja. Ja. Tamarinde. Aber Frucht noch nie gehört. Das ist schlecht für meinen Hals. Das ist es gibt für meinen Hals. Und viel Saft. Moment, ich weiß es. Ja, du weißt alles bestimmt. Das riecht voll lecker. Das riecht nach Gummibärchen. Njum. 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 Und Bananensaft? Njum. Äh, was? Was? Eigenartig, oder? Finde ein ganz kleines Biss und schmeckt es nach Ananas. Jetzt weiß ich es. Es schmeckt nach Guanabana. Erst nachdem man es mir die gesagt hat, ne? Witzig. Das müssen die Leute da draußen noch nicht wissen. Stimmt. Ja. 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 Eklig. Geht. Also außer diese Rinden Tamas, war alles recht lecker. Und das erste am Leckersten, ne? Äh, dieses braune Zeug. Dieses, was verklammelt aussah. Das zweite, wenn ich am dritten Leckerste nenne. Das dritte, am viertesten. Und das am zweitesten. Bestimmt kommt es auf Afrika-Kurie. Ayala, du musst es nicht trinken. Es trinkt dich keiner, ne? Ich will aber an der Frau gucken, ob das das schmeckt. Und das merkst du, wenn du dir die Nasen zuhältst, ja? Aus der Antarktis, also. Antarktis. Nee. Ach, egal.